Moin Moin ihr Lieben! Mein Hof ist vorgestern ein Jahr alt geworden und ich bedanke mich bei euch allen für die ganzen lieben Glückwünsche und ganz besonders lieben Dank an Bee Pointe, der wirklich kurz nach Mitternacht gratuliert hat. Finde ich unglaublich, dass du daran gedacht hast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und aus diesem Anlass habe ich was für euch aufgestöbert. So, dies ist kein Screenshot, sondern ein Scan von einem Ausdruck, den ich gemacht habe. Das ist mein Hof in Level 16 vom 21.10.2010. Kommt mir ganz unwirklich vor, wenn ich das jetzt sehe. Das ist mein Hof. Ich könnte mich schon alleine kaputt lachen über diesen einen Wassertank hier unten. Unglaublich, ich hatte einen einzigen Wassertank. Ich vermisse jetzt immer noch diese Leiste, die von der wir uns jetzt gerade verabschieden mussten. Leider, leider. Fand ich nicht so schön wie diese erste. Das erste Layout war das Beste. Mit Abstand das Beste. Und ja, also es ist ein sehr, sehr unwirkliches Bild. Es kommt mir sehr eigenartig vor. Alleine schon, dass die Mühle steht. Undenkbar jetzt, dass meine Mühle mal steht. Das gibt es überhaupt nicht. Dann habe ich noch einen für euch aufgestöbert. So, das ist mein Hof in Level 32 vom 4.10.2010 ist das Bild. Da habe ich mich das erste Mal aufgerafft, ein einigermaßen schönes Farmbild zu machen. Und wieder dieser eine Wassertank hier. Könnte ich mich beömmeln drüber. Total witzig. Und die Mühle steht immer noch. Unglaublich. Was war da los? Ich weiß es nicht. Ja, also ich würde ganz witzig finden, wenn ihr mal reinschreibt, wie alt ist euer Hof? Habt ihr Screenshots oder irgendwas von eurem Hof, wie der ganz, ganz jung war? Und wie kommt euch das vor, wenn ihr das jetzt anguckt? Und ja, nochmal vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Glückwünsche. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet von euch. Ja, und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.